Die Abendsonne tauchte die Felder in ein warmes Licht, als Cariana und ihr Partner Liam die Landstraße entlang fuhren. Sie waren auf dem Weg zu einem gemütlichen Abendessen in einem Restaurant am Rande des Dorfes. Plötzlich sah Cariana etwas Kleinliches am Wegrand, das sich in der späten Nachmittagssonne herumtrieb. »Liam, stopp mal!« rief sie, als sie ein winziges, zitterndes Kätzchen sah, das inmitten der hohen Gräser hinkte. Sie stiegen aus und näherten sich dem Kätzchen vorsichtig. Es war winzig, hager und sah schrecklich aus. Es schien verlassen, schwach und voller Angst. Cariana spürte einen Stich im Herzen und wusste, dass sie es nicht einfach zurücklassen konnte. Sie hob das Kätzchen vorsichtig auf und wärmte es mit ihren Händen. Es war so dünn, dass man seine Rippen deutlich spüren konnte. »Komm schon, Kleiner, wir bringen dich in Sicherheit«, flüsterte Cariana ihm zu. Liam, der bereits in der Nähe eines nahegelegenen Baches Wasser holte, nickte zustimmend. Sie beschlossen, es Fielder zu nennen, in Anlehnung an den Ort, wo sie sie gefunden hatten. Zu Hause angekommen, entdeckte Cariana die traurige Wahrheit über Fielders Zustand. Das Kätzchen war mit Flöhen übersät, litt unter Ohrmilben und hatte außerdem Ringelflechte. Doch Cariana war entschlossen, Fielder wieder gesund zu pflegen. Sie gab ihr ein warmes Bad, behandelte sie gegen Parasiten und versorgte sie mit leckerem, nährstoffreichem Futter. Fielder war anfangs sehr scheu, aber mit Geduld und Zuneigung erblühte sie in der sicheren und liebevollen Umgebung. Liam stellte Fielder ihrer anderen Katze, Leon, vor. Leon, ein Stolzer, war zunächst skeptisch gegenüber dem Neuankömmling. Er beobachtete Fielder aus der Distanz, fauchte und schnurrte abwechselnd. Doch mit der Zeit erwärmte sich Leon für Fielder und begann, sie zu putzen und mit ihr zu spielen. Die beiden Katzen wurden beste Freunde und waren unzertrennlich. Fielder blühte auf und erholte sich schnell. Sie wuchs zu einer gesunden, lebhaften und verspielten Katze heran. Sie wurde ein geliebtes Mitglied der Familie und erfüllte Cariana und Liam mit unendlicher Freude. Cariana saß eines Abends auf dem Sofa, während Fielder zufrieden auf ihrem Schoß schlummerte. Sie blickte auf das kleine, glückliche Kätzchen und spürte tiefe Dankbarkeit. Die Begegnung mit Fielder war ein zufälliger Zufall, der sich zu einem kostbaren Geschenk entwickelte. Fielders Ankunft hatte nicht nur Cariana und Liam mit Liebe erfüllt, sondern auch ihre eigene Familie, Leon, mit unendlicher Freude bereichert. Fielder war ein Beweis dafür, dass selbst die kleinsten Wesen unendliche Liebe und Dankbarkeit schenken können. Und sie erinnerte Cariana jeden Tag an die Schönheit und Bedeutung von Freundschaft und Mitgefühl. Amul